hallo meine lieben und herzlich willkommen zu einem neuen blog mit uns ich nehme euch heute wieder ein bisschen mit durch unseren tag mit einem kleinen unterschied ich werde heute den ganzen tag mit den kindern polnisch sprechen das wird sich wahrscheinlich sehr schwer gestalten ich hab's ab und zu mal gemacht das war dann immer ganz witzig aber ja ich werde jetzt ab jetzt nur noch polnisch reden und ja ich hoffe die werden mich irgendwie verstehen an meine polnischen landsleute schimpft nicht mit mir wenn mein polnisch nicht perfekt ist ich bin mit fünf jahren mit meiner familie nach deutschland gekommen bin in polen nicht zur schule gegangen sondern gleich hier in deutschland bin dennoch sehr sehr froh dass ich meine muttersprache immer noch beherrschen aber falls ich irgendwas falsch ausspreche dann stimmt nicht mit mir ich werde euch natürlich einen untertitel einblenden damit ihr mich versteht und ja wir haben den kindern leider damals nicht die polnische sprache beigebracht was ich sehr bereue und ich hoffe dass sie es dennoch irgendwann lernen und ich vielleicht das sogar regelmäßig mache dass ich mit dem ganz viel polnisch spreche starten wir mal heute haben wir nicht nicht so viel vor wir müssen ein bisschen in den garten sie gemüse pflücken müssen noch ein geschenk für kusinchen kaufen weil die am samstag geburtstag hat und genau ich nehme es heute einfach mal mit so ich teste dich mal kurz ich mit pójdziemy dzisiaj na dworzu coś zjeść po nie chce dzisiaj gotować pójdziemy dzisiaj na dworzu coś zjeść po nie chce gotować pójdziemy dzisiaj na dworzu coś zjeść po nie chce gotować pójdziemy dzisiaj na dworzu coś zjeść po nie chce gotować pójdziemy tak dobrze pójdziemy tak dobrze dobrze pójdziemy na dworzu dzisiaj zjeść pójdziemy tak dobrze dobrze ok ok du hast eingewilligt ich habe gesagt können wir heute draußen was essen weil ich will nicht kochen pójdziemy tak malikusa co robisz w mojej sypialni co robisz w mojej sypialni co robisz w mojej sypialni warum gehst in mein zimmer fast wieso bist in mein zimmer ja was machst du in meinem schlafzimmer co robisz tutaj eee eee karlis karlis seynep chodź do mnie co chodź do mnie chodź do mnie chodź do mnie chodź do mnie chodź chodź idziesz ze mną do ogródka pomidory zerwać chodź idzieś ze mną do ogródka pomidory zebrać chodź dĄf Willst du mit mir aus dem Garten flüten? Ja, ich habe eine eigene Blanz. Kannst du mit mir aus dem Garten flüten? Kommst du mit mir mit? Tomaten aus dem Garten flüten. Tak? Tak? Tak oder nicht? Potrzebujemy miske na pomidory. Pomidory? Was ist pomidory? 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 Pomidory. Na draußen gehen? Nein. Ist doch ein Wort nur. Pomidory. Garten, garten. Tomaten. Pomidory. Miske na pomidory. Miske na pomidory. Miske na pomidory. In ein Kopf reinlegen. Tomaten in ein Kopf reinlegen. Schale für die Tomaten. Ja. Potrzebujemy. 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 Potrzebujemy miske na pomidory. Żeby ište o grudku pomidory zerwać. Du kannst eine Schüssel holen. Und dann muss ich mal mit Anna rausgehen und die Tomaten holen. Ok, Ahmed. Ich rede mit dir nur nach Polnisch. Potrzebujemy miske. Wir brauchen eine Schale für die Tomaten. Ich weiß wo. Hier. Ich spreche das nicht. Ich spreche sie nicht. Ich spreche nicht im Englisch. Ich spreche sie nicht. Ausfølgerung. Oder ist sie nicht. Ist das nicht? Ist das nicht? Ist das nicht. Genau, das ist einily Teil! Du halsch misk und ich werde ich drehen. Du halsch misk und ich werde ich drehen. Ich soll halten? Ja. Du flächst, ich soll lasen. Super! Nur die mocno czerwone, nur die mocno czerwone. Nicht die hellrode. O, zobacz, jakie ładne, zobacz, jakie ładne pomidorki. Popatrz, popatrz, jakie ładne pomidorki. Schau mal, was te schöne tomaty. Truskawka. Truskawka? Truskawka. 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 O, popatrz, popatrz, ile pomidorów, jak dużo pomidorów mamy, co nie? Dużo mamy pomidorów? Dużo? Dużo. Dużo. Wielu. Wielu. A jak pachną? A jak pachną? Dobrze pachną? Dobrze pachną? Pajnie pachną? Chcesz go? Chcesz go? Tak. 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 Kto chce jechać z nami na zakupy? Bo musimy Myhrima jeszcze prezent na urodziny kupić. Myhrima potrzebuje prezent na urodziny. Myhrima potrzebuje prezent na urodziny. I kto teraz jedzie z nami na zakupy? Będziemy teraz prezent na urodziny kupić? Tak. Ale kto jedzie z nami? Ale tylko tutaj beide. Nie. Chce ktoś z nami jechać? Nie. Kto chce jechać z nami? Kto? 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 Ale? Nie. Kto chce jechać z nami? Ty czy ty czy ty czy ty? Czy ty czy ty? Nie. Chcesz z nami jechać na zakupy? Ja. Chcesz z nami jechać? Tak. Ty chcesz z nami jechać na zakupy? Tak. Tak czy nie? Tak. Tak? To idź się ubrać. Idź się ubrać, to jedziesz z nami. Ja! Ja! Ty chcesz też jechać z nami? Tak. A ty chcesz jechać z nami? Nie? Tak czy nie? Nie. Ty chcesz jechać z nami? Tak. Tak? Tak. Ty chcesz jechać z nami? Nie. Nie. Ty chcesz jechać z nami? Nie. Nie? Nie. To kto teraz jedzie z nami? Eswa. Eswa. Ty? Eswa. I ty? Eswa. I ty? Eswa. Eswa. Ja. Kto jedzie teraz z nami? Ty? Tak? 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 I idźcie się teraz ubrać. Ubrać się. Tak. Ubieracie się? To się ubieracie. I? Zajnę? Włosy uczesaj. Tak. Tak. Und schnell! Esma! Nein! Esma! 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 Hikmet! Ich brauche Pionde! 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 Ich brauche nur 10 Euro! Was habe ich gerufen? Ich brauche Geld! Ja, aber offensichtlich! Smakuje Wam nut? Smacznego? Smakuje? 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 Bardzo dobre? Tak? Tak? Bublé herbata? Tak, tak! Bublé herbata? Was ist herbata? Nein! Tauben! Bublé herbata! A tea? Ja! Bubble tea? Bublé herbata! Bublé herbata! Bublé herbata! Możesz mi kupić herbatę bóbelkowa! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! Nie, nie kupię ci, bo jest droga! Was? Nie kupię ci, bo jest droga! Ha, ha! Bubelkowe machen Tethl? Nein. Droga. Droga ta herbata. Bardzo droga. Kosztuje dużo Euro. Wow. Ej, das ist deine. Babel, das ist deine. Ich will nicht kaufen, weil es droga ist. Ich will nicht kaufen, weil es droga ist. Ich will nicht kaufen. Ich will nicht kaufen, weil es droga ist. Bo es bubelkowane ist, ist das dollar. Chcesz herbatę bubelkową? Ja, was ist das, was ich wollte? Chcesz herbatę bubelkową? Das ist das. Chcesz herbatę bubelkową? Chcesz herbatę bubelkową? Ja, ja, ty. Chcesz herbatę bubelkową? Ja, ja. Ale ja, ja ci nie kupię, weil es droga ist. Ich kaufe dir kein bubble tea, weil er teuer ist. Zjadłaś już loda, to to starczy. Was ist Eis? Starczy. Starczy. War auch teuer? Starczy. Jadłaś już loda, starczy. Zjadłaś loda, starczy. Reicht. Du hast Eis gegessen? Reicht. Wir sind wieder zu Hause. Und was finde ich vor? Kinder vor der PlayStation. Mali, Musa, Achmed, odkąd wy już graće PlayStation? Wie lange schmierde ich PlayStation? Wami, hier etwa ein Polen unter uns? Naja, wobei ich PlayStation gesagt habe. Odkąd już graće PlayStation? Jak długo? Wie lange schmierde ich PlayStation? Wie lange schmierde ich PlayStation? Achmed, was sie in Polen. Ja, ich hab sie in Polen. Od której godziny graće PlayStation? Ich spiele seit halb schon. Pół godziny. Pół godziny. Pół godziny. Pół godziny. 20 Minuten. Możecie, możecie teraz jeszcze pięć minut grać i tak to będziemy lekcje przy stole robić. Pół godziny. Pół godziny. Pół godziny. Nie, 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 nie.. Lekcje będziemy robić. Do szkoły. Wieso nie lefel? Nie. Lekcje do szkoły będziemy robić. Wir sollen beim Essen Und dann ist es eine Kollation Wir essen gleich und sollen beim Kochen helfen Pierre Benjamin Lektion Wir sollen dein Essen probieren Wir sollen in 5 Minuten ausmachen und danach sollen wir an den Esstisch setzen und warten bis Essen geht Der erste Teil war richtig Lektion Benjamin Lektion in der Schule Lektion Lektion in der Schule Le disinfection Salz Lektion Wir sollten wir jetzt diehu für Zufa-Tutor, Lekcje für Zufa-Tutor. Ich komme dann an die Tüche und die Kontrolle. So, wir werden Lekcje für Zufa-Tutor. Und nach Lekcjahren wird eine Kollazie. 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 Lernen. Wir helfen dir bei uns. Wir machen Lekcje. Wir machen Lekcje. Lekcje werden Endeffekt. Und nach Lekcjahren wird eine Kollazie. Kollazie, Lekcje. Lekcje, was, was, was? Ich spreche jetzt schon selber falsch. Nach Lekcjahren, was wir werden? Nach Lekcjahren? Wir, wir. Wir werden Lekcjahren. Wir werden Lekcjahren machen. Wir werden Lekcjahren vorbereiten. Ich werde Kollazieren. Ah, und du gehst Essen kochen. Essen machen. Ja, Abendessen. Ich mache Abendessen. Und wir lernen sofort. Tak. Und nach Lekcjahren werden wir Kollazie essen. Und wir essen dann auch. Und dann essen wir. Super! Tak? 5 Minuten. 5 Minuten und wir machen Playstation. Nicht 30. 18.30 Uhr. Das ist nicht 5 Minuten. 18.30 Uhr. In 5 Minuten. 28. Ok? Ok? Ok. 5 Minuten und wir machen Lekcje. Ok? Ok. Ok? Ok. 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 angst сыst wusstest du doch schon so meine lieben das war's von dem video ich denke das reicht ich habe euch danach nicht mehr mitgenommen ja beim lernen und abendessen und das war dann so hektisch und chaotisch damit die kinder dann auch pünktlich im bett sind deswegen habe ich dann nicht geschafft noch weiter zu füllen beziehungsweise es hätte sich ein bisschen sehr schwer gestaltet hausaufgaben auf polnisch mit denen zu machen deswegen denke ich das reicht erst mal falls euch das video gefallen hat und ihr vielleicht sogar ein teil 2 sehen wollt dann schreibt mir das sehr gerne in die kommentare ansonsten ja gerne einen daumen hoch dann weiß ich dass euch das video gefallen hat würde mich freuen wenn ihr dem video einen daumen hoch da lässt den kanal abonniert und die benachrichtigungs glocke aktiviert um das nächste video nicht zu verpassen ich hoffe wir sehen uns beim nächsten mal wieder bis bald tschüss